DenkDank, der Podcast von Avenir Suisse, der Denkfabrik beim Denken zu hören. Was leistet eine Denkfabrik? Sie denkt, sie forscht, entwickelt, bewertet, produziert Wissen, Strategien, Lösungsvorschläge, gibt Denkanstösse und Impulse, zeigt den Handlungsbedarf auf, so entwickelt Avenir Suisse Ideen für unsere Gesellschaft und die Zukunft der Schweiz. Lust, der Denkfabrik beim Denken zuzuhören? Gedanken jenseits des Mainstreams zu vernehmen, zu Themen, die uns bewegen? ThinkDank, das Aha-Erlebnis im Podcast-Universum.